Im Herzen Europas findet sich ein idealer Ort zum Leben. Das Westmünsterland. Aus seiner Geschichte heraus ausgestattet mit großem Unternehmergeist, mit Menschen, die selbstbestimmt ihr Leben gestalten. Mit einem Partner, dessen Puls in der Region schlägt, der die Chancen in den Herausforderungen einer komplexen Welt sieht. Die Sparkasse Westmünsterland. Hi, mein Name ist Malte. Ich bin 22 Jahre alt und studiere Fotografie in Bielefeld. Das Angebot der Videoberatung meiner Sparkasse schätze ich sehr, da ich sowohl von zu Hause als auch von meinem Studienort mit meinem Sparkassenberater in Kontakt treten kann. Dabei erhalte ich genau dieselbe Beratung wie früher in der Filiale vor Ort. Aus dem Wohnzimmer? Aus dem Mobile Office? Aus dem Urlaub? Egal. Per Video erhalten Sie von überall die gewohnte, optimale Beratung. Und wenn's ganz schnell gehen soll, geht's auch über die Fastlane. Per Sparkassen-App, Telefon, Chat oder WhatsApp. Die Sparkasse ist immer da. Wir als junge Familie brauchen etwas, um drinnen zu leben und möchten auch gleichzeitig etwas für unsere Altersvorsorge tun. Mit dem Kauf und der Sanierung unseres Hauses haben wir uns endlich unseren Traum erfüllt. Und da wir im Vorfeld natürlich viele Entscheidungen zu treffen hatten, insbesondere in finanzieller Hinsicht, konnten wir uns auf die Sparkasse immer verlassen. Die Ansprüche an den eigenen Wohnraum verändern sich. Dabei sollte der finanzielle Teil immer so einfach wie möglich gestaltet sein. Die Online-Tools der Sparkasse, der Zugang zu Fördermitteln und eine schnelle Zusage ebnen den Weg zum Traumobjekt. Beim Umzug ins neue Werk haben wir sehr großen Wert darauf gelegt, den Firmenkundenberater von der Sparkasse zu behalten, weil es immer ein Vertrauensverhältnis ist, wenn sie zusammen Geschäfte macht. Der Betrieb wird mittlerweile in der vierten Generation geführt. Die Zusammenarbeit klappt sehr, sehr gut und wir haben viel Spaß und es läuft. Seit dem Umzug in die Kaserne hat sich das Unternehmen eigentlich sehr schön entwickelt. Wir haben viele Mitarbeiter einstellen können. Die Produkte sind gewachsen und auch der Umsatz ist mitgewachsen, sodass wir da verschiedene Investitionen auch anstreben durften und mussten. Und da hat sich unser Sparkassenberater eigentlich sehr gut an unsere Seite gestellt und mit uns viele Ideen vorgedacht. Auch wenn es dann mal kritischere Themen gab, sind wir da immer gemeinschaftlich auf eine gute Lösung gekommen. Wir haben natürlich hier und da noch ein bisschen gefalscht, aber am Ende hat es dann doch gut gepasst. Und deswegen ist es auch im privaten Bereich mit der Sparkasse immer Hand in Hand gelaufen und partnerschaftlich zusammengelegt. Der Mittelstand ist das Herz des Wirtschaftskreislaufes in der Region. Seit Generationen ist die Sparkasse Partner und Förderer für die Wirtschaftsregion Westmünsterland. Ich bin Tim Fiaus und wir sind hier am Skatepark in Borken. Vor sechs Jahren wurde hier eine Mini-Ramp aufgrund von Baumängeln abgerissen und wir waren gezwungen ins Umland zu fahren, nach Enschede, Bottrop. Und im Laufe der Zeit und Jahre wurde die Skater-Gemeinschaft hier auch immer größer. Was uns dann als Gemeinschaft dazu bewogen hat, hier mal wieder ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen und Sponsoren zu suchen für eine neue Mini-Ramp. Und die Sparkassenstiftung ist direkt darauf angesprungen und hat gesagt, ja, das müssen wir unterstützen. Und seit 2019 haben wir hier eine neue Rampe. Das finden wir alle natürlich wunderbar. Im Westmünsterland lässt es sich gut leben. Die Sparkasse sieht sich als Teil dieses Lebens und macht es sich zur Aufgabe, dieses in vielfältiger Weise zu bereichern. Jeden Tag erzählen mir die Menschen die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und ich freue mich jeden Tag auf neue, mit den richtigen Spezialisten im Rücken, Träume zu erfüllen und immer eine Lösung zu finden. Die Arbeit mit den Kunden vor Ort macht mir wirklich Spaß. Das Beste daran ist, dass wir die erwirtschafteten Mittel auch noch wieder zurück in das Westmünsterland geben und zum Beispiel soziale Initiativen, Sport, Bildung und Kultur dabei unterstützen. Das rundet das Ganze ab und macht es wirklich super. Kunden und Mitarbeiter profitieren durch eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit. So halten die dienstlichen Herausforderungen und persönlichen Interessen der Mitarbeiter eine gute Balance. Moderne Arbeitsformen machen die Sparkasse natürlich auch als Arbeitgeber mit Perspektive attraktiv. Vom Auszubildenden bis zum langjährig verdienten Mitarbeiter. Voneinander lernen, Vielfalt leben, Wertschätzung zeigen und Vertrauen schenken. So machen Leistung und Engagement Freude. Die Sparkasse Westmünsterland.